Willkommen zur Live-Ziehung der Mottozahlen. Wir starten in eine neue Runde Motto-Glück. Herzlich willkommen zur Live-Ziehung am Mittwoch, den 4. August. Ja, und der Checkpoint ist geknackt. 2 Millionen Euro warten auf uns. Los geht's, viel Glück und Ziehung frei. Kugeln und Ziehungsgeräte sind von unserem Ziehungsteam auf uns gemäßt. Und Sie können dann nachher überprüfen, den 3.5. Mal ich Sie gerne ein. Sehen Sie uns das Einzige geschehen hier im Motto-Studio ganz nah. Kugel Nummer 1 fährt. Das ist die 3. Ja, der Checkpoint 6.49. Und der ist geknackt. Herzlichen Glückwunsch auf dem Glück. Kugel Nummer 1 fährt. Somit starten wir für Scheibenwangel mit 2 Millionen Euro. Kugel Nummer 2 ist die 1. Ja, und jede Geschichte rundherum ist so toll. Der Moment ist so beeindruckend und so emotional. Das ist Wahnsinn. Jede einzelne Geschichte ist eigentlich wert, dass sie zu verfilmen. Kugel Nummer 3 ist tatsächlich die 6. Ja. Hier kommt seine Geschichte. Hier kommt 9. und wiedergüsten 32. Kugel Nummer 3 ist eine junge Mutter aus Bayern, die den Schein mal lässig in ihrer Handtisch verkauft hat. Kugel Nummer 4 ist die 30. Ja, und sie hat sich einfach in ihrer Handtisch verkauft. Erst als sie Monate später noch einmal aufgespielt hat, ist der Gewinn aufgefallen. Meine Güter. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen großen Glück. Die Frau 5 ist die 5, das passt ja. Was lernen wir daraus, um uns zu verfolgen? Wie viel Wert der Inhalt unserer Anteilung ist, würde ich sagen. Das ist unglaublich, manches Mal zwar 33,5 Euro. Kugel Nummer 6 ist parat. Das ist die 41. Und dann schauen wir uns hier unsere Prachtkugeln in voller Übersicht nochmal an. Und was fehlt natürlich zu unserem kleinen, großen Doppelglück heute? Unsere Superzahl. Und die ziehen wir jetzt, ich drücke nochmal die Daumen und sage, ziehen frei. Übrigens, auch wirklich richtig nett, einige Tipper haben tatsächlich knapp 900.000 Euro mit nur 6 Richtigen ergangen können in der letzten Woche. Lohnt sich also, 6 Richtige zu haben. Wer natürlich mehr will, der braucht diese hier. Unsere Superzahl. Und das ist heute für zwei. Und das haben wir uns alle eben gezogen mit Zahlen in unserer Übersicht gemeinsam an. Hier sind die Zahlen Lotto 6 aus 49, 1, 3, 5, 6, 30, 41. Und die Superzahl ist die 2. Hier kommen die Zahlen der Super 6, 8, 3, 8, 9, 1, 3. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77, 5, 8, 0, 7, 6, 5, 7. Liebe Tipper, vielen Dank, dass Sie hier dabei sind bei der Liveziehung der Lottozahlen. Und wir sind Samstag wieder pünktlich für Sie da um 19.25 Uhr. Ihnen eine wunderschöne restliche Woche. Bis zum nächsten Mal wiedersehen.